Ich hasse Joggen und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße da mit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser, ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zur Zeit, was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen. Kommst du mit? Wohin? Wirst du gleich sehen. Das ist doch nicht so schlimm. Oh doch. Erst der spitze und ziehende Einstichschmerz. Und dann, wenn das Blut in die Kanüle fließt, ein endloser, dumpfer Druckschmerz. Das halte ich einfach nicht aus. Sie wünschen eine Blutabnahme unter Narkose. Genau. Und ich habe mich doch schon erkundigt. Und danach lasse ich mich einfach mit dem Krankentransport nach Hause kutschieren. Schließlich war ich noch nie richtig krank und ich zahle Monat für Monat horrende Summen. Untertitelung des ZDF, 2020